Mähmann, Freunde, herzlich willkommen in Folge Mord. Du, zusammen mit dem guten Leon und dem Jonas. Servus. Hallo. Und so. Servus, mein lieben Füchse. Lol. Na? Drei Gegner. Klatsch sie weg. Mit dem Pferd. Jawohl. Wir sind schlecht getimt. Ach, ich bin mit. Doch, das ist die... Oh fuck, oh fuck, oh fuck, ich muss hier weg. Alter, ich hab noch ein Leben. Wie leb ich noch? Ich hab keine Ahnung, was wir machen müssen. Ja, mit deinem Leben, ne? Ja, wir müssen die Sicilia töten. Warte, sind wir... Okay, wir sind rot. Wir müssen irgendwelche Penner auf dem Boden töten. Ich hab Pfeilen mitten in meinem Gesicht stecken. Hm, geil. Irgendwie sehr unmoralisch, aber... Ach, Quatsch. Willkommen im Mittelalter. Ist richtig. Klatsch sie weg. Aber ich wollte ihn abstechen, das hat leider nicht funktioniert. Aber es ist gut, dass der KI absolut wusst ist, was wir hier machen. Ja. Nein. Ich hab ne... Ich hab ne... Ah! Oh Gott, Alter. Junge. Ah! Warte mal. Kann ich hier jemanden weiter schlafen? Ja, das Timing war jetzt hier grad nicht so optimal. Huiuiuiui. Oh. Fuck. Ist gar keine gute Idee, ich hab nichts zu gelocken. Oh. Das war schwach. Korrekt. Jetzt hat er auch beide gestorben. Von mir auch schon. Jo. Nice. Weil ich hab meine Waffe irgendwie weggesmissen. Ja, was machst du schon? Ja, der hat dich geboxt. 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 Ja, der hat mich geboxt. Ja, ja, ja. Ausreden, Laus. Ausreden. Moment, Kinders. Wisst ihr, was hier steht? Neben dem Pferd. Eine Balliste. Nehmen wir da schönes Katapult. Geil. Dum 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 dum. Macht man das? Wie muss man aufladen? Ach, das gibt's nicht! Ja, das hört gleich automatisch auf. Du kannst nur die Infernung mit dem Mausrad einstellen. Also es geht darum, entweder Leute zu töten oder die Gebäude abzubrennen. Was meinst du, oder? Wir machen einfach alles. Boah, ich hab ein liebes Nicken. Es tut mir fast schon leid, die ganzen Leute hier abzustechen. Ach Gott. Leute, der Team, der... Ich hänge fest in der Ecke, das ist unfair. Nein! Jetzt töte mich doch nicht, ich will doch ganz Gebäude abfackeln. Und Leute, wir müssen irgendwie vorankommen hier. Ja. Kann das sein, dass wir einen Bots verlieren oder... Ja, sachet nicht. 20 Schaden, schwach. Interessiert ist die KI eigentlich wirklich nicht, was wir eigentlich machen müssen? So, eigentlich... Also ich denk schon. Dann schmeißen wir ein paar Fackeln hier rum. Kann ich weit genug werfen. Alter, das gibt's nicht! Wir müssen ja dann auch automatisch sterben, oder? Aber ich stech noch mal ab. So, um sicher zu gehen. Was ist jetzt gerade passiert? Hat sich gerade angehört, dass wäre hier gerade irgendwas kaputt gegangen? Vielleicht das Haus, das du gerade abgefuggelt hast? Nein! Hier! Hier bei mir gerade! Was ist gerade passiert? Ich bin gerade mit dem Stuhl ein bisschen zurückgerollt. Ich hab auch mal ein ganz böses Geräusch gemacht. Was hast du denn getan? Ich weiß es nicht! Hier gibt's doch eigentlich... Oh Gott, ich hab noch zwei Leben, Mann! Hier ist ein Teppich, aber der kann nicht kaputt gehen. Sorry. Ja, legst du! Oh, Alter! Oh, Jonas! Hi! Ja, mein Typ hat nicht in seine Zweitlaufe gewechselt. Warte, ich geh... Oh, Mann, Alter! Ja! Was ist los? Ja, ich hab gerade ein 1 gegen 1 verloren, weil ich dreimal hintereinander getroffen wurde und dreimal hintereinander den Block verkackt habe. Ja, passiert die Besten. Ja... Wer weiß, vielleicht gewöhnen wir uns irgendwann dran. Ich glaube, in dem Spiel muss man echt viel üben. Ist richtig. Vor allem mit dem Pferd. Unfassbar. Leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Nee, auch nicht wirklich leicht zu lernen. Ja, gut. Leicht zu lernen im Sinne von Linksklick schlagen. Ja, gut, das stimmt. Scheiße. Könnt ihr aufhören auf mich? Und ich mein, ein paar Kills hast du ja auch schon geschafft. Also kann es nicht so schwer erscheinen. Ja, aber meine waren meistens Killsteals. Egal, Kill ist Kill. Was glaubst du, wie viele Killsteals ich mit dem Bogen gemacht hab, ja? Scheiße. Ich glaub, ich brauch... Das ist eigentlich eine ganz gute Taktik mit dem Bogen. Du stehst hinten, wartest bis ein paar Leute runtergeschlagen werden, dann schießt du einmal rein, hoffst, dass niemand mit wenig Leben trifft. Okay, mach's. Ja, korrekt. Das ist, meiner Meinung nach, eine legitime Taktik. Leon, hinter dir sind zwei Leute. Oh Gott! Ich versuch's dir zur Hilfe zu kommen, wenn du's lang aufzählst. Ja, zu spät. Oh, wir stehen auf einmal 50 Leute. Ich muss auch nicht, weil ich jetzt rechtsklick drücken soll, wenn zwei Leute auf mich draufschlagen. Oh, ich hab dich... Warte mal, ich geh mal ins Katapult. Okay, die sind richtig gut. Leute, wir müssen die Dinger abfackeln, ne? Das kann nicht so schwer sein. Wir können jetzt... Wir können doch jetzt nicht gegen Pots verlieren. Oh. Und was nicht zu leiden. Noch ist die Schlacht nicht verloren. Ich weiß gar nicht, wie man das in Brand setzt. Nimmst du eine Fackel und wirfst auf dem Gebäude drauf, wo ein Fackel-Symbol ist. Ja, denen müssen ja noch irgendwelche Spacken fehlen. Hm. Hier dieses Gebäude zum Beispiel. Boah. Da oben ist auch noch jemand. Warte mal. Ah. Oh Gott, hier sind so viele. Ja, für Spaß. Da kann man einfach gar nichts machen. Hause weg. Oh. Scheiße. Da war ne Säge. Ich wollte mich grad aufregen, warum ich einfach rumgefallen bin. Da hast du nicht gesehen, ich bin in die Säge reingelaufen, die da war. Vielleicht erklärt es das. Komm Jonas. Ja, ich schlag das mal in meinem Team, ey. Ja, das war ich. Danke. Was? Äh, was? Nice, Leute. Nice. Wir machen das sehr gut. Ich bin richtig gut in diesem Spiel. Ich hab das. Läuft. Bist du grad ein beim... Nee, okay. Alles gut. Ich glaub du wärst mit meinem Querwerk dran. Ich glaub gegen die KI kann man trotzdem ganz gut, äh, lernen. Ja. Ja. Ja, vor allem du levelst auch, ne? Das ist ja auch nicht zu vergessen. Ja gut, das ist mir jetzt eher nicht wichtig. Ja, aber dafür kriegst du halt Punkte. Ja, aber ich kann auch mit den Standardklassen überleben. Für mich ist eher wichtig, dass ich verstehe, wie das Spiel funktioniert. Und mich auch gegen jemanden halten kann. Okay, wir haben's fast geschafft. Wir haben's fast geschafft. Ja, ich glaub um das zu lernen, ist die KI wirklich ganz gut. Ah, sehr schön. Trade the farm. Fuck, jetzt bin ich halt mit dem Pferd mit dem Feuerwerk. Ja, das haben wir jetzt abgeschlossen. Ja, das haben wir jetzt abgeschlossen. Okay, der Commander. Easy. Ich brech durch die Tür durch. Mit dem Pferd. Ich kann mir nicht rumdrehen. Guck mal, bis das erklärt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah. Oh mein Gott. Boah. Geht's wieder weg. Anders? Ja, Entschuldigung. Nicht ganz so einfach hier. Oh mein Gott. Ey. Lars, hast du mich grad umgerannt? Ganz doch nicht. Alter, der schlägt so viel schneller als ich. Was hat der gemacht? Lars, ich hab grad Schaden von deinem Pferd bekommen, du. Pisser. Ich hab keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Du wirst schon irgendwie hinfinden. Oh, guck mal. Kürzlich. Party. Sollen wir da auf die Mauer? Ja. Oh. Wie geschah. So, jetzt Bogenschutzwerte. Oh mein. Oh fuck. Einen Gegner getötet, einen Teammate getötet. Einen Gegner getötet, einen Teammate getötet. Ist ne gute Bilanz. Scheiße. Jonas, wo laufst du? Wo läufst du hin? Äh. Ich frag mich, wie wir jetzt hier weitermachen. Wir müssen hier runter. Hier unten ist der Typ, den wir töten müssen, glaub ich. Wir sind zwei Könige. Ja, hier unten ist der eine, Jonas. Jonas. Bin unterwegs. Ja, ich bin direkt bei euch. Okay, alles klar. Dann musst du ihn wegmachen. Gute Idee. Keine Scheiße. Scheiße. Oh. Was ist denn das für ein Urgarten? Ah. Aua. Alter, was zur Hölle? Ja, der haut ganz schön rein. Der haut richtig rein, du. Das war zu minimal schmerzhaft. Das ist wahrscheinlich, warum er auf dem Werbe ist. Macht natürlich durchaus Sinn, wenn wir so drüber nachdenken, ne? Oh, fuck. Okay, ein Hit und der wird was voll weg verpennt. Okay, da ist er, da ist er. Ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Hochklettern. Ach so, kann man da einfach wussten. Hi Leon. Hi. Wo ist er? Oh Gott, da ist er. Komm, der hat doch noch ein Pixel Leben. Oh, es kommt noch Bogenschütze dazu. What? Ah, wie viele? Oh Gott, hier sind so viele Gegner. Vorsicht, Bogenschütze ist noch dabei da. Alter, komm hier gar nicht mehr raus. Hier sind so viele. Ich kann, ich kann hier drüber nicht schlagen, weil mein Schwert zu groß ist. Scheiße. Nein, du schießt nicht mit dem Bogen auf mich. Okay, neuer Versuch. Ich mach kaum Schaden mit diesem Dolch. Oh Gott, endlich. Hallo. Kannst du ihn? Okay, top. Das ist der Pisser. Okay, auf ihn mit Gebrüll. Okay. Alter, ist der stark. Nein. Unfassbar. Ja, Gott sei Dank. Ich hab einmal den Morgenstern ins Auge gestochen. Angenehm. Ich brauche ihn mal mit dem Schild. Ganz klar. Ja, mit dem Schild hab ich noch nie gespielt. Das war mal eine Idee. Schild und Morgenstern. So läuft der Hase. Das macht jeden kalt. Ultimative Lösung. Wie ist das? Ja, sehr gut. Aber erstmal rumliegt die Decke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, okay. Gut, dann bin ich wohl geschalpert. Alter, dieser Pult ist ja gestorben. Das ist so stark. Alter. Ja, ich... Das ist ein scheiß Schild. Was? Ich stand... Ich stand grad aus Versehen im Weg, als er seinen Morgenstern geschwungen hat. Das war keine gute Idee. Alter, dieser Protector. Das sah richtig gut aus. Danke. Ich hab dir ganz viel Mühe gegeben bei dem Move. Wie du an mir vorbeirenst. Wie du an mir vorbeirenst. Wie du an mir vorbeirenst. Ein Bild für die Götter. Diese Protector tut so weh. Oh Gott! Help! Komm, von beiden Seiten. Ja! Nice! Jawoll. Sehr schön. T-Bäcken. Okay. Ganz wichtig. Ich weiß. Okay, weiter. Wo ist der andere? Der andere ist da oben. Auch nicht mehr viel Leben. Aber wir kommen jetzt hier hoch. Lass mich zurück. In vier Sekunden. Oh! Okay, ich geh doch mal hoch. Ich glaub, Jonas hat jemanden gefunden. Nee, das war aber nicht der. Wird nur verfolgt. Oh Gott, ich seh ihn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lass mich rein, lass mich rein. Du hast ein Schild. Mach die Tür zu. 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 Hab ihn einmal. Oh, ich bin tot. Oh Gott, jemand ist hinter mir. Ah! Ich hab auch von hinten angegriffen. Das darf nicht wahr sein. Ich werde von zwei Leuten verfolgt. Ah! Hab ich. Das kann doch nicht wahr sein. Oh! Nice! Okay, ich komm langsam rein ins Spiel, glaub ich. Ja! Es tut! Ah! Nice! Verschen! Und waschen! Easy! Also von mir aus können wir auch noch mal ne Runde spielen. Ah! Nee, ich würd schon zwei abends machen. Ich hab mir Angst ein bisschen spät. So. Aber damit herzlich... Nee! Herzlich willkommen! Hey, Leute! Herzlich auf Wiedersehen! Schaut doch gerne bei der Nano vorbei. Oder beim Jonas. Oder beim Leon. Schaut aber beim Jonas vorbei. Der Link ist in der Videobeschreibung. Lasst gerne deine Bewertung da. Wir sind Kanäle. Bis dahin. Ciao! Tschüss! 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 Tschüss!